Treppenaffe Da dann Da dann Na hochklettern oder eine Ringe Ah, das wird normal ausgehen Da eine Halt, da ist Ach da, da drin ist Da ist eine verdammte Garage, ja Ok Machen wir dazu, was man da herkommt Eine? Affe? Affe und fürs Finster Asssee Dann gibt es einen anderen Weg Nein, ja, aber gibt es schon, aber dann muss ich erst aufmachen, zack Wenn man mich dann aufmachen, dann ist die Garage einfach offen Wow Passt doch Da ist der D-Midikrib, das braucht man wahrscheinlich innen Wo? Rechts am Säck So, und da vorne ist jetzt halt der Bereich Da können wir uns jetzt ein Produkt anscher essen, aber nicht herkommen Weil die können ja nämlich ihr Gebäude nicht verlassen Die sind dann in so einem Gebäude, da können wir halt auch sich schauen Jetzt tun wir uns einmal schauen, dass man nicht mehr aufkommt Da ist unser Schatter, da können wir es zusammen machen Hey, wir haben es schon mal zusammen gemacht Was für Schatter? Von denen geht der raus? Ja Du kannst aber da rechts einigen, das ist einer ziemlich bei der Weg Ja, da oder dort Da hat schon einen Das ist geil, im Gegner, im Gegner tasern und dann ein Spyfallet bei der Feuer Also eines ist mir kippt, gell? Ja Ah ja, da ist ein Keller, ein Ziel zum Bomben und ohne ist ein Ziel zum hacken Was ist das? Achso, das ist der? Ja, genau, der hat dich entdeckt Ah, der hat mich schon entdeckt? Ja Und der Raum, der ist ziemlich scheiße, wo du dort dort bist, Leute, nix bringt wirklich, Null Okay, wo kann ich denn da tun? Ja, da ist... Ja, da ist... Ja, da ist... Ja, du bist jetzt gerade in einer Lüftungsschart eine, ne? Ja Ja Ja, da ist eigentlich einer Achso, der andere war besser Genau Hältst du auch so ein Spiel? Ja, das hab ich nicht gewusst, wirklich Ja Okay So, und der nehmen wir noch unten, gell? Das hab ich eh nicht mehr Okay Jetzt hab ich mich nicht so beendet auf die um Schau'n wir mal Oh Okay Hat er nicht gut gedeckt? Nein, ich merk's doch Okay, jetzt... und jetzt ist ein neuer Bereich frei Was? Weil du da jetzt was abgehabt hast? Genau Wo ist das? Ja, da weiß ich auch nicht, was ich geh Was? Weiß ich auch nicht genau Ich bin jetzt direkt gespannt, du kannst dich jetzt selber umbringen oder du gehst da in die Tiefgarage, wenn du das findest Kann ich nicht sagen, was ich geh Ah ja, ich bin in die Tiefgarage, okay Ah ja, ich bin in die Tiefgarage, okay Ich bin jetzt da irgendwo oben, was sei denn jetzt da? Kann ich da oben springen? Geh mal, obi Einfach obi Ah, nein, da ist ja... da ist ein Rohr Cool, das... geh nicht mehr rein, als du es nicht bist Und falls ist da irgendwo eine Tür normalerweise? Genau, da da Ah, jetzt bin ich irgendwo drin Ah, ja, du bist jetzt im ersten Bereich Das Ding ist nämlich in zwei Bereiche unterteilt Erster und zweiter Bereich Da geht's jetzt... schau mal irgendwo... äh... Dings nach unten Da geht's irgendwo nach unten Da geht's irgendwo nach unten Genau, gell, abe? Gell, abe? Gell, abe? Mache 63... äh, 180 Grad drüber Ja, geh schon abe Das war meine Ah, hast du gesehen? Ich hab's gesehen, aber ich hab' nicht... Ich könnte dir jetzt sicher sagen, kein Nassetamin Und das ist am Ende wahrscheinlich auch noch nicht da, oder? Hab' du dich jetzt auch noch tief gerade? Du bist jetzt halt da, wo ich jetzt gespompt bin, äh, ja, 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 du machst ja immer ins Tunnelsystem gehe ich ja, ja, da bist ja... Das ist wahrscheinlich das, was du jetzt gewöhnt Luftwerb hast, oder? Ja genau, da geht es ja jetzt auf Fähre, da kommst du jetzt dann mitten im Raum aus. Der steht aber jetzt ordentlich vom Auskundratten, genau. Hallo, und würdest du jetzt nicht euer Ziel beschützen, oder würdest du nur... ...müllen der hier rein? Und mit ihr wollen jetzt eigentlich bis oben? Ja, guck mal, du suchen mal... Ah, jetzt wollen wir nichts geben. Das ist aber nicht. Hä? Ja, ich wollte euch doch backen. Schießen, schießen und A. End. End. Also du willst aber auch erschießen und A. Ja. Ja, das ist natürlich so... Ja, das ist natürlich so... Ja, genau. Ja, genau. Gern hinten, gerne hinten. Oh. Weil ich kann ihn aber erschießen, weil ihr das halt nicht so ganz verstanden. Du willst es immer so schnell machen. Du willst es nicht... Und dann drückst du sofort an. Ach so. Ja. 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 Komm mal rein. Wie geht es denn da nicht? Was ist das? Ich glaube ich kommt da mit mir auch. Ja. Das ist jetzt eigentlich der Weg, wo du jetzt gerade ausgekommen bist. Ach so. Ja, da ist falsch, da ist falsch. Ja, da ist falsch. Also das ist auch noch nicht warum einiges schon, ja. Ja, weißt du dir halt jetzt schon wieder mal da nicht auskennst du mich so erzählen. Ja, falsch. Wann dann sag mich. Wann dann? 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 Ich will, wie du sie jaollar? Dann kann ich sicher mal ein Ruckuhs machen, wenn ich jetzt abkomme. Also da ist halt ein großer Saal. Boah, when educator. Und. Was sagst du? Irgendwann dagegen stehen? Oder keine A? Ja, der ist wirklich ziemlich groß sauer, aber er ist.. Ja.. Du kommst in dann? Vielleicht sind die Saal, aber.. Ja, dann dann kann ich halta ausschliessen, aber der Nees. Kann ja jetzt mal ausschliessen. kann ich entschliessen jetzt mal wegzulegen. Ja, das ist schon mal gleich. ja zu spät warst du umschossen? Ach du warst über mir als Autofus und da ist einer direkt vor dir ja aber guck mal unbedingt einen Spy-Pull äh Spy-Pulled eigentlich also weiterholt ich hoffe ich kann nicht der Spy-Pulled warte mal jetzt warte ich auf die ein bisschen vier, drei, zwei, eins so also das sind jetzt nähere Gänge im Umkunftszeug wie mitten von dem Ding außer das ist schon mal falsch da kommen wir jetzt in der da haben wir jetzt in dem auch kein Wasser äh schau geben wir doch mal dahin wo die wo der rote Punkt läuft das sind wir ja ja ich sehe bloß da nicht so schlecht ah ja genau da kommen wir jetzt in der mitten, äh mitten unten ist das für den äh für den der großen Halle ja also zwei, äh Uhr zieh na zwei Uhr zieh ist ja unten also da hinten unten da hinten war er leicht und was war leicht und war leicht, rechts da war der Typ jetzt komm ja genau ja 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 ich glaube das ist nicht verhalten ja man kann natürlich drauf aufwarten das ist natürlich auch nicht geschreckt gut der ist K.O. ist aber leicht und der ist aber oben gut aber frei ja also bist du ja bei mir ja dann bin ich nicht äh nein nein ja 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 da ist der andere genug ja der kommt noch gleich runter und da ist noch also äh so wie jetzt ach da hinten ist ein Ziel oder was genau dann wollen wir erst da aufhaken oder falls wir noch nicht schauen da wirds da der K.A.P.E. ja 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 ok also eins ist da alles ist in der Main Hall ja die letzten also die die Ziel für den zweiten Bereich dann ja nicht in der Main Hall da sind halt so äh ja das eine ich erinnere das dann wo man weiter ko vor dem anderen erst kommen wir weiter durch die Tür durch wo du jetzt gerade gesagt hast und die anderen zwei sind oben oder? ja genau da sind aber sozusagen die Räume sind gleich wo die Ziele im Grunde drin sein soo bin ich jetzt wieder da unten in der Main rein ja genau da ist jetzt von der anderen erst so kommen wir jetzt grad oder ich nicht gleich so kommen wir aber es da kannst du ja irgendwie hochklettern und so eine Säule hinter du bist ja recht wirst du du musst ja mal nicht laufen so und der ja rum ja da ja genau so da da gibt jetzt wo der hochklettert da auch der hat die Geschenke anbauen und er hat die ziemlich effizientiert die bin ich jetzt ganz oben Ach so, warum? Hallo? Oh! Ich komm mal voll dreimal, der schießt, dann geht das nicht Ah, da sieht der mich Hallo? Doch! Der ist da oben Oh, fuck! Ich bin zwei gekauft Aber ich lebe noch Wo ist denn unten? Soll ich mir nur noch für dich markieren Der eine ist ganz oben, der andere ist ja unten Der ist getestet, der ist der Stefan Der bleibt jetzt wieder Ah! Das ist nämlich, dass ich wissen wo ich bin 5 Minuten haben wir noch Aber wir bleiben hier ein bisschen unentdeckt Das war eine Mine, äh Garte Das ist die Jetzt sieht man mal die weißen Dinge, die hier so sind Ja ja, denn unten können wir eigentlich Die listigen Content-Streifen Was? Oh, jetzt ist es genau Das ist alles gut Das ist alles gut gestern und er ist er wir haben sie gegenseitig wir haben ein aus der reihe durchschossen er hat uns da mal wo wir jetzt auch abgift und wo war ich das war ja das ist nicht mehr das ist ein guter Grund das war und ich rede die Minen einig und da und ich kann hacken das ist es kommt schon Naja... Nein, die sind beide gestorben. Da kommt mir weg, oder? Wo? 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 Das ist da... Warte mal... Wo ist das? Da und hinter der da dir, oder? Unten rechts. Kann ich jetzt nochmal so sagen. Klapp sich, klapp sich. Ja genau. Das auch, das sind aber in gewissen Leserschanken, ey. Und natürlich wieder markieren. Da auch hier. Hey, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Ich hab doch alle drückt. Oh. Ich schmeiß wahrscheinlich gleich wieder ein Minion. Ich weiß nicht. Ja. Kann ich mich da bloß langsam bewegen, wenn ich... Was? Und sie kommen bin? Äh, ich auch sonst. Ja, sonst bin ich ja wieder sichtbar. Gut, dann hab ich wieder drin. Dann ist die unten drin. Genau dahinter, ja. Na ja. Also einer rennt jetzt gerade weg. Der kommt zu die Affe. Der kommt zu die Affe. Ja gut, der ist aber weiter um, weil du... Soll ich da jetzt da mal wieder bissl... Das ist das Ding aktiviert. Ja. Das ist das Ding aktiviert. Ja. Das ist das Ding aktiviert. Das ist aber nur noch drin, oder? Ja. Aber wir können ja mal... Aber es kommt andere wieder. Wir können natürlich kaputt machen. Na ja. 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 Warte mal. Ja, ich fang kaputt. Na, das ist denn da. Ich helf auch nicht so. Schau, da kommt noch nicht so die Gas. Da kommt der andere vielleicht leer. Ja. Also, ich schaff das bloß, oder? Der Stefan. Ja, ja, ja. Du bist das. Willi. Das ist kein Ding. Ja. Ich schaff da so oft. Ich weiß nicht, wie ich verdammt. Ey, wir haben noch eine Minute, als... Boah. Bin ich ach. Jetzt habe ich mir nicht geblieben, hier. Ich werde mich nicht durchschätzen. Ich werde mich nicht durchschätzen. Doch. Ich glaube, wir sind auch dran. Ich steile dann weiter und einander. Ich werde mich auch. Bei dem wieder kombinieren. Weil es denn oben und was? Warte mal, ich schau' jetzt mal ein bisschen zu. Das ist kombinieren. Oh. Ich mache weiter. Ja, weiße. Das ist drin. Oh, ich mache weiter. Ja, weiße. Und, also du willst, da ist die Karten. und da links hinten ist ein vielleicht zu 30. stopp 2 und hinten ist dann hinten ist was? ja hinten ist aber hinten alles hinten naa da links hinten auf der linken und auf der rechten Seite ist was? oh ja unten bloß rechts dann kann man wieder hin kommen werde ich mal unten du machst unten? ja ich schaue da sie auch noch mal aber ich hab nicht mehr so viel Zeit aber ich hab nicht mehr so viel Zeit das ist ja der Stefan das ist meine Tochter und ich hab ihn markiert ja das ist scheiße ich darf mir jetzt da gerne hingern aber ich hab die Zeit nicht die Räume kannst du da einig ohne zu hoffen aber verdammt der Bukau das ist ein Parkwerk 5,4,3,2,1 5,4,3,2,1 5,4,3,2,1 5,4,3,2,1 5,4,3,2,2,1 5,4,3,2,1 5,4,3,2,1 5,4,3,2,1 5,4,3,2,1 5,4,3,2,4,3,2,4,5,4,3,2,3,1 voila 30,4,4,4,3,2,4,4,3,3,4,3,2,2,3,2,1